Jetzt sind wir jetzt hier in Bitschke. Hier sind ein paar schöne Lieben. Es ist alles überdacht. Hier ist ein schöner Vorredner. Hier macht ein paar Bilder. Und hier spielt dann ein Band. Und da war gestern Abend richtig Party. Und hier ist heute Abend auch richtig Party. Und hier können wir auch mal rausstellen. Von der Hallen, vom Hallenbad ins Freibad. Super schön. Super schön.